Hey Freunde, wir haben heute eine schöne Batterie im Test und zwar haben wir die Red Admiral von Tropic im Test. Was ich sehr lustig finde, könnt ihr es lesen, es ist von Peters Blumen- und Pflanzenmarkt Feuerwerk. Wie gesagt, das von Tropic hat eine 18-Schuss-Batterie mit 126 Gramm NEM. Meines Wissens sind das hier Blinker und was gibt es da noch zu zu sagen? 8,50 Euro steht drauf, ihr bekommt es zum Beispiel auch bei Röder. Wer bei Röder mal reinschauen will, in der Infobox ist der Link für Röder. Würde ich mich freuen, wenn ihr den benutzen würdet. Dann sehen wir uns gleich draußen, die Red Admiral an. Bis gleich. So Freunde, wie versprochen machen wir jetzt hier die Red Admiral, 8,50 und Ahoi. Wow, also für 8,50 Euro grüne und weiße Blinker, der Hammer. Absoluter Kaufempfehler. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.